Moin Moin! Willkommen zurück zur weiteren Runde von Legion T2 im Ranglisten Modus. Was nehmen wir? Wir nehmen die Burg. Ein Klassiker. Welcome to Nova. Hm. Du nicht. Die beiden sind stark. Starke Tanks. Mit dem zusammen Pyro Power. Das könnten wir noch mitnehmen, aber ich weiß nicht. Das als Bosskiller vielleicht noch? Ja, machen wir. Hm. Wir machen den Pyro Start. Da habe ich schon mal den magischen Schaden am Start. Aufwertung noch ein, bevor ich es vergesse. Ein Crawl und ein Baum. Das könnte ein Eiersatz werden. Eventuell. Na, ist der Komma-Bloom-Start. Hätte ich theoretisch auch machen können, aber wollte ich diesmal nicht. Ich will dann schon die anderen Einheiten auch mal nutzen, wenn ich die kriege. Wobei Pyro, ja, nimmt man ja noch relativ häufig, weil der einfach stark ist. Das darf man nicht vergessen. Schauen wir mal. Ich werde jetzt nix schicken, also keine Aufwertung, weil ich sehen möchte, ob der einen Eiersack hat. Nee, aber der Schattentensor. Okay. Da brauche ich mich erstmal um nichts kümmern. Um keine Sends. Der Schattentensor. Mach das schon von alleine. Alles platt. Das war nicht schlecht. Sechs Wirker am Start. Genau wie Armand Lukas mir das gesagt hat. Bei Pyro sechs Wirker. Da brauche ich nächste Runde einen kleinen Ackern Tank. Also ihn. Genauso funktioniert das. Gucken wir mal ob wir noch einen Apfel rauskriegen. Ja. Sehr gut. Ja, der Große war was abgekalkt, aber die Klonen haben es dann halt gemacht. Schick mal die Schnecke einfach mit rein, wenn er das schon macht. So. Können natürlich. So weitermachen. Das sieht erstmal gar nicht schlecht aus. Oh, der Pyro wird angegriffen. Das ist nicht so gut. Warum? Ist das ein Fernkämpfer? Verstehe ich nicht. Fernkämpfer? Nee. Oh, die haben eine Mini-Reichweite. Haben deswegen den Pyro angegriffen. Naja, egal. Wir freuen uns hier so ein bisschen unsere Verteidigungslinie auf. Ich muss schnell Upgrades machen. Ganz wichtig. Rocco und die nächste Warteschlange rein. Er hat nichts geschickt, also warte ich noch. Im Sinn könnte ich den Wächter aufwerben. Das ist gut. Ja, hier. Was soll ich hier erstmal machen? So, da passiert nichts. Kann auch ein Mann aus. Nee, dann werde ich glaube ich lieber ihn auf. Das gefällt mir wesentlich besser. Warum wirst du denn angegriffen? Ich habe doch extra der Frontlane passiert. Oh, der Robo greift ihn hauptsächlich an. Aber jetzt können wir hier mal locker aufbauen. Komm schon. Ja. Der war wichtig. Jetzt müssen wir ein bisschen Arcane Verteidigung platzieren. Dann musst du halt mehr bauen. He he. Er hat doch genauso viel wie ich. Hat genauso viele gebaut wie ich. Komisches Ding. Ah, das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Wahrscheinlich gehen wir auf 10. Also ich gehe auf 10. Was der andere macht weiß ich nicht. Wir sind ja 10 vielleicht auch nicht so schlecht. Das wird eine ganz schön lange Reihe. Aber egal. Vielleicht platziere ich nochmal den Sachs. Dass ich da noch ein bisschen Abstand habe. der Büro nicht immer angegriffen wird. Ich habe hier schon zwei Runden gesammelt. noch halte ich es ganz gut. Aber nächste Runde wahrscheinlich wieder Robos schicken. Davon gehe ich aus. Robos, magischer Schaden, irgendwie sowas. Oder Aufprallschaden mit Kanonier. Damit man ein Pyro abkackt. Das ist auch möglich. Ich halte jetzt den auf. Und dann baue ich hier einen hin. So. Dann gehen wir auf 10. Und hauen ihn richtig rein. Immer noch nicht geschickt. Ach du Scheiße. Immer noch nicht geschickt. Ach du Scheiße. Wir hauen ihn rein. Und da kam ich auch schon ganz schön ab. Hier der Rechte. hier. Also ich pack Liederbrinkung. Also ich finde den so für Bosse irgendwie kacke. Dann kriegt es 12 mehr Angriff. Okay. Okay. Aber da finde ich Blut irgendwie besser. Den laden wir auf. Dann stehe ich hier nochmal einen kleinen hin. Das wird ein dicker Send. Eine kriege ich noch raus. Gibt es eine Führer Brut für dich? Ich weiß nicht. Die kacken glaube ich auch so ab. Brauche ich keinen magischen Schaden extra reinschicken. Das wird schon. 380. Das ist brutal. Okay. Alle verkackt. Ich habe ungefähr ein Drittel übrig gelassen. Die mehr. Ist also für uns super. Jetzt müssen wir Walker pushen. Wir sind schon fast abgekackt. Unser King ist halt auch schon gut aufgewertet. Das ist mein Schaden. Was schaust du an? Das ist das? Ein Büro dazu. Machen wir mal so. Kriegen Rationen aufgewertet. Die werden jetzt aufwerten ihre Kings. Gehe ich mal von aus. Und dann sollten wir auf 13 wieder schicken, um durchzukommen. Im Talkabout. Also gibt es da eine Hexe. Die Autos sind aufhört. Jetzt. Kriegen wir 13 mehr. Und die auch. Mit den Craplords und so. Kriegen wir auf jeden Fall noch einen Worker mit. Den hier mal aufwerten. Und uns davon. Wir holen den Worker. So. Weil wir Locker brauchen. So zieht sich das so lange. Das will ich nicht. Wobei, da steht ja auch mal ein Gewinn. Weitere Aufwertung? Ja. Die haben weiter Aufwertung gemacht. Mit einer Autosend. Hexer auf jeden Fall nicht schlecht. Für das Tor und die Schatten-Tänzer-Klone. Robo mit rein. Jetzt werden wir hier mal die Herren aufwerten. Und dann sollte das klar gehen. Der Clown-Backleader wäre in dem Fall auch nicht schlecht gewesen. Ich will auch mal gucken, was die Hexe so macht. Gerade für die Tora. Wahrscheinlich wären die Centauren auch nicht schlecht gewesen. Mal gucken mal. Wo ist der Eiersack? Ach du hast den. Okay. Der ist gut durchgekommen. Ja, bei mir war es nicht so optimal. Okay, er hat auch wesentlich weniger. Aber er kommt durch. Gut reduziert. So muss es sein. Sehr schön. Jetzt nehmen wir den Dax mit. Den packe ich hier glaube ich vorne hin. Dann nehmen wir den noch mit. Und den Worker. Ich habe er komplett aufgebaut. Ach so, der Baum. Ah ja. Der Regenerationsbaum. Okay, wir könnten 16 oder 17. Ja, beides gut für uns. Dann schicken wir den jetzt rein und dann auf 17. Dann sollte es beendet sein. Ich werde dich auf. Büro nehmen wir noch mit. So. Noch einen kriegt man nicht zusammen. Nehmen wir den Unhold mit rein. Da haben wir den Schamanen ein bisschen von klein. Nicht viel, aber ein bisschen. Wir sollten auf jeden Fall nicht sterben. Unsere Kinder ist noch viel zu fett. Und jetzt sammeln. Auf jeden Fall. Ja, das ist schrecklich. Aber der wird angegriffen. Der ist gleich down. meine rösser sind dauernd auf 1 hier drüben sehr schön wenn man glück haben war es das meint jetzt noch voll sind noch kleinere dabei gar nicht schlecht das team war echt nicht schlecht muss man schon sagen die ganze zeit voraus ich war weg zwei weitere litschen das gerne aber wenn ihr mehr sehen wollt schaut doch bei der anderen videos mit vorbei bis dahin entspannt bis zum nächsten mal ciao